so wir sind gespannt also schmerzen sollte man doch einfach weg lassen den kopfschmerzen zu erfahren auch nicht so hundertprozentig da ein cv ok 4 dds gucken wir mal das letztes schon ein paar mal glaube ich gesagt auch zu rettung man muss immer hoffen dass der gegner des dümmeren spieler mit ihm hat wird falls hier rüber mich so lang aus und so wirken zu können und zwar nicht kurz zu können der plan gucken wir die team mitglieder zu sagen die gegner sagen zwei unbekannte größen das eigene team und das gegen der team gespannt jetzt teilen sich ja man die idee ist ja schon und war ja auch der knallerdivision wo die drei sind ein bisschen seltsam hier und so sendet so grafik fehler ist das nicht übereinander passt wie man davon aus dass ein absicht war beim design ist dass ich hier unter ich habe ein ziel erzählt ups jetzt passen stehen übereinander auto deaktiviert wo man muss hier in georgia an das kam start und war hier drum ähnlich relativ über der feuerkraft und hat sich die aufträgen so halbwegs geklappt und die amal 4 nicht schlecht gewesen weil die haben wir den schlachtschiff mehr aber ist auch noch gedrückt das bild ist pro seite ausnahmsweise klappt das mal was ich es ist wie sagt man es ist entzündet auch gleich mit der zitter begrüßt da würde ich ja schon wieder im strahl die maß geht direkt raus auch hier wieder warum und ist offen was passiert wenn ihr offen sein kann ja da gehen wenn ich wundern wir drehen jetzt kurz nach unten ab um dann hoch zu ziehen wir damit für uns dann so lang stellen können ob sie das wieder relativ lange ich war ja nur kommen die scheiße hier kann da hier machen in der pfeffer hier stehen sehr schweig wir gehen zu ihrem schießen die georgia hat ein rücker zentren positioniert wenn ich trocken die deutscher steht von der feuerkraft sind sonst jetzt überlegen ja das ganze fokus hier hat auch für live deutscher zugegangen ja kacke warum fährt er jetzt weg warum fährt jetzt nicht wenigstens hier so zwischen die insel ein bisschen durch das allerdings licht macht wo will er denn jetzt hin hier sind wir völlig blind warum ist herumgefahren sind völlig blind auf der seite völlig nutzlos er ist so nutzlos gerade nur zwei dds raus es sind zwei dds raus ich mache jetzt hier ein fisch hatten für ein backup alter du brauchst doch nur ein bisschen umherfahren paar tors aufmachen die schlachtschiffe offen halten und nicht im radar ich werde von der cietel stehen so ich hau jetzt ja meine mutter muss an und weg hier sie kostet aktiviert der dienst brallo ist weg ab ein bisschen radar reichweite erfahren das war ein problem ist im radar reichweiterin gedüst wird vor den einzelnen problem der kase er gibt die auf dem arsch 11k wirklich das ist wenn du schließt und wegdrehen muss schießt das gegnerische team hat die führung übernommen ohne witz die wir so richtig vorbereitet spielen wir sehen nix sind permanent offen wenn jetzt abgefahren sorry aber wenn die dds als erste ist sind alle drei dieses erste draußen feuer alarm sondern versucht sehr reichweiter von den boys zu kommen arsch rum nehmen hier problem gelogen kann man es so sein die können denn dann drei dds draußen wie kann denn der hier auf hier und wieso schießt er denn wieso ist er denn offen wieso ist da kein hirn im schädel drinnen holen sie denn die leute her ohne witz abfall an hohe schließt das sind hier die kita kase schießt jetzt lustig auseinander lacht sich doch kaputt die farm die georgian einer tour jetzt ab das gegnerische team steht kurz vor dem sieg wirklich war es war wie ein schlechter scherz 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 so viele kannst du ja nicht melden torpedos achteraus wasser trägt schnell ein echt ein schlechter scherz problem gelöst kann man denn so eine scheiße zusammenspielen wird die Hürde verboten so 20 kauft jetzt hier was willst du wirklich was sollst du machen maschinenboost aktiviert da machst du noch mal 30 das hier nicht auszuhalten es ist nur zum heilen es ist nur zum heilen jawohl den haustierlichen abholer raus easy hier möchte ich querfahren der gute hey wirklich das ist zum heulen wie kann ich denn wie kann ich denn mit 703 punkten oben sein holy moly hier ist ja auch so eine bumsbörde was ist denn da schief gegangen man tut mir wirklich weit jetzt gehört aber schafft soweit wirklich